So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ich melde mich auch nochmal hier aus einer meiner kleinen bescheidenen Hütte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute reden wir über diese ganze Trainer-Thematik. Und zwar zum einen Steffen Baumgart, der hat sich nämlich jetzt erstmals zu seinem Aus beim 1. FC Köln geäußert und hat da mal ein bisschen so aufgeklärt, wie er das Ganze so erlebt hat, was seine Beweggründe waren und wie er auch auf Christian Keller zu sprechen ist. Und das machen wir deshalb nochmal auf, weil es mich schon ein bisschen erstaunt hat, muss ich gestehen, dass es sehr, sehr viele FC-Fans gab, die nicht so richtig geglaubt haben, dass das so in einem Einvernehmen geschehen ist, sondern wirklich davon überzeugt sind, dass Baumgart rausgeschmissen worden ist. Erstaunt hat mich das deshalb, weil ich halt dazu nichts gefunden habe. Ich habe das ja dann nochmal recherchiert und dachte so, hä, woher kommt denn das überhaupt? Habe dazu aber keine Aussage, Statements oder sonstige Geschichten zu gefunden. Deswegen wollte ich das einfach hier nochmal aufmachen, was Baumgart selber jetzt dazu zu sagen hat oder gesagt hatte. Und im zweiten Teil reden wir nochmal über die Trainersuche, die ja noch immer läuft oder im vollen Gange ist und da dann auch nochmal 1, 2 Gedanken zu. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran und da würde ich sagen, let's go. So, also Baumgart, Interview gegeben, der Bild-Zeitung und hier mal so ein, zwei Statements von ihm diesbezüglich. Baumgart sagte zum Aus, ich habe alles probiert, aber wenn alle Ansprachen und Veränderungen in Aufstellung und Taktik nicht mehr fruchten, muss man sich Gedanken machen. Das habe ich getan und dann mit dem Klub eine Entscheidung getroffen. Und auf die Frage hin, ob der FC um ihn gekämpft habe, sagt Baumgart. Aus meiner Sicht, ja, man hat mir klar gesagt, wir gehen mit dir durch alles, wenn du zu 100% überzeugt bist. Diese Überzeugung hatte ich nicht mehr. Mir hat niemand ans Herz gelegt, dass ich aufhören soll. Deshalb finde ich es nicht gut, dass jetzt alle auf Christian Keller eindrechen. Zitatende von Steffen Baumgart zu dem Aus beim 1. FC Köln-Interview bei der Bild-Zeitung. Ich verlinke es nochmal unten, weil das ist auch hinter der Paywall versteckt. Falls es einen interessiert, kann er sich das gerne nochmal auch auf anderen Seiten, denke ich mal, anschauen. So, das mal dazu. Und dann, ja, die immer noch laufende Trainersuche, die ja im vollen Gange ist. Es gibt jetzt die ersten Meldungen, die besagen, Funkel sei aus dem Rennen. Das war ja schon vor ein paar Tagen der Fall. Allerdings jetzt auch wohl Heiko Herrlich. Das sind jetzt, wie gesagt, nur einzelne Meldungen. Wie viel Wahrheitsgehalt da tatsächlich hintersteckt, weiß ich nicht. Aber das ist halt das, was bis dato eben berichtet worden ist. Und Keller sagte ja auf der PK, das ist ja auch, denke ich mal, schon bekannt und häufig auch schon kommuniziert worden, dass Keller einen Trainer bevorzugt oder präferiert, der einen ähnlichen Stil hat wie Baumgart. Sprich, was das Anlaufen angeht und hohe Ballgewinne betrifft, dass diese Spielphilosophie oder die Spielidee weiter implementiert wird bzw. weiterentwickelt wird. Darüber hinaus soll es ein Trainer mit Bundesliga-Erfahrung sein und, ja, eben jemand, der mittel- und langfristig diese Spielidee weiterentwickelt. Kein Feuerwehrmann. Das ist zumindest der Wunsch. Das heißt aber auch, wenn es uns nicht gelingt, das Sollprofil zu erfüllen, dann kann es auch eine andere Option sein, sagte Christian Keller. Nochmal ein Zitat von ihm. Und jetzt mal ein, zwei Gedanken dazu. Also, es ist ja schön und gut, wenn du so ein gewisses Anforderungsprofil hast. Wir kommen jetzt zum Aber. Ich denke mal, das ist ja bei den meisten Vereinen ähnlich, ja, wenn es zu einem Trainerwechsel kommt oder einer Veränderung kommt, dass ein Verein eine gewisse Vorstellung oder ein gewisses Profil hat. Ich muss aber sagen, dass ich auch gerade so hinsichtlich der ganzen Spielphilosophie, dass das, ja, dass du dir vielleicht die ein oder andere Türe zumachst, wo du dir es nicht erlauben kannst, die Türe zuzumachen. Denn man muss ja überlegen, wie attraktiv ist es für einen, sage ich jetzt mal, Karriere-Trainer, weil es wird ja davon gesprochen, jemand, der mittel- und langfristig eine Spielidee etabliert, aktuell zum 1. FC Köln unter diesen Konditionen zu kommen. Wie attraktiv ist das? Natürlich, klar, der Name 1. FC Köln, der zieht natürlich immer, das ist ja, das muss ich ja keinem erzählen, ja. Aber du hast jetzt natürlich eine Transfersperre, ja, es geht gerade ums nackte Überleben, das heißt, ein Trainer kann auch keine Wünsche erfüllt bekommen, zumindest mal für ein Jahr. Das heißt, der Kader ist, wie er ist und kann auch nicht verändert werden. Und im Zweifel wird der ein oder andere Spieler den Verein noch verlassen, Stichwort Dijonjubicic zum Beispiel, ja. Und wenn du das alles hast, ist es natürlich schwierig, da solche klaren Anforderungen zu stellen. Auch hier das Ding mit Bundesliga-Erfahrung, zum Beispiel Augsburg hat ja einen dänischen Trainer geholt, ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen, ähm, eben nicht aus der Bundesliga. Ich glaube, der hat zuletzt, hatte der in Kopenhagen gearbeitet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und der hat ja auch funktioniert jetzt, ne. Weil Augsburg hat ja danach auch einen kleinen One hingelegt. Ähm, ich finde das immer schwierig, wenn du dich da so einschränkst, ja. Und der zweite Punkt ist, deine Vorstellung oder deine Philosophie, die du präferierst, muss natürlich auch, ja, einhergehen oder konform gehen mit der Kaderqualität. Und die Frage ist ja, ist der Kader, so wie er aktuell ist, wirklich für diese Philosophie des hohen Anlaufens, der hohen Ballgewinne gemacht? Und ich finde, wenn man gerade jetzt die Hinrunde gesehen hat, ist er das nicht unbedingt, weil wir ja eben große Probleme hatten, ähm, hohe Ballgewinne zu kreieren, ne. Erinnert euch an diese Passing-Per-Defense-of-Action-Werte, ja. Ja, also wie viele Pässe lässt man vom Gegner zu in der gegnerischen Hälfte, bis es dann eben zu einem Ballgewinn in Form eines Tacklings kommt. Da gibt es ja immer diese Werte. War ja in der ersten Saison ein Wert von ungefähr sieben Pässen, die wir zugelassen haben, bevor es dann zu einem hohen Ballgewinn kam. Und jetzt in dieser Saison liegt der Wert bei 15, ja. Und das, obwohl wir eigentlich weiter hoch anlaufen wollten, ja. Also irgendwie funktioniert das da nicht. Und deswegen, ähm, finde ich das schwierig, diese Anforderung zu stellen, wenn man, wie ich finde, zu der Erkenntnis kommen kann, dass der Kader von der Qualität her nicht unbedingt dafür gemacht ist, diese Art von Fußball weiter zu spielen. Für den Moment. Erstmal, ne. Ja, müssen wir jetzt mal abwarten, wie das Ganze jetzt da weitergeht. Und hoffen wir mal, dass da bis zum 2.1. da ein Trainer kommt. Das sollte ja bis zum 2.1. soll da ja was passieren. Ja, oder was 4.1.? Ich weiß es gar nicht mehr. 2.1., 4.1. auf jeden Fall. Ist ja in zweieinhalb Wochen schon wieder Start. Da kommt ja schon Heidenheim. Und es wäre gut, wenn da jetzt zeitnah ein Trainer käme, weil es wäre ein bisschen blöd, wenn der erst in 2 Wochen käme und der dann irgendwie noch 2 Tage hat, mit der Mannschaft zu arbeiten. Schwierig. Naja, wer ist denn so euer Kandidat? Meiner war ja Friedhelm Funkel, ja. Neben noch so 1, 2 anderen, die ich mir hätte vorstellen können. Der scheint ja wohl raus zu sein. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht ändert sich da ja nochmal was. Und könnt ihr ja mal schreiben, wen ihr denn da so bei euch auf der Pole Position sitzen und stehen habt. Also dann, bis dahin. Was ist denn?